Einen schönen guten Morgen Freitag. Hier ist Markus Elsässer. Ich bin heute besonders glücklich, dass ich mit Ihnen sprechen darf. Sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Warum bin ich heute so glücklich? Weil ich ein wenig nachgedacht habe und zu zwei interessanten Punkten gekommen bin, mit denen man einfach wunderbar durchs Leben kommt. Und ich weiß, viele von Ihnen haben doch große Sorgen um Ihren Beruf, um Ihre Ersparnisse. Die Geopolitik sitzt Ihnen im Nacken. Das muss nicht sein, dass Sie Sorgen haben. Sie müssen keine Angst haben. Es gibt zwei Dinge und das Phänomenale ist wie immer, die ganz einfachen Dinge, die beinhalten oft die eigentliche Wahrheit und Weisheit. Und wenn ich so an mein Leben zurückdenke und über andere Menschen nachdenke, so komme ich zu dem Punkt, zwei Dinge sind so wichtig für ganzes Leben. Zwei Faktoren. Was ist es? Arbeit und Kapital. Wenn Sie die beiden Punkte im Leben im Lauf der Jahre in den Griff bekommen, brauchen Sie nie Angst zu haben. Der Punkt ist der, ein Leben, was nur aus Arbeit besteht, wo Sie nur von Ihrer Arbeit leben, das ist ja schon ganz gut. Gut, damit haben Sie Existenzielles abgedeckt. Aber Sie bleiben ein Leben lang abhängig. Abhängig von den Zeitumständen, abhängig von der Lokalität, abhängig von einem Regime, abhängig von Kunden oder Arbeitgebern. Das ist eine, schon ein ganz guter Erfolg, wenn man das schafft, ein Leben lang durch Arbeit sich zu ernähren. Aber dieses, ein Leben lang sich zu ernähren, so von der Hand in den Mund, der eine auf ganz tiefer Ebene, der andere so, dass er durch extreme konsumtive Ausgaben zwar schön lebt, aber letzten Endes aus diesem Hamsterrad nicht rauskommt, ist ein ganz gefährlicher Punkt. Der andere Punkt ist natürlich der, dass wenn man überhaupt keinen Zugang zur Arbeit findet, dass man sich einer großen Befriedigung raubt. Denn wir alle sind letzten Endes sehr schöpferische Menschen, das tragen wir in uns. Und schon in der Bibel heißt es ja, nutze deine Talente. Und wer diesen Weg nicht findet, im Dunkeln sein Talent zu entdecken, seine wirkliche Berufung, und diese nicht positiv ausleben kann, nicht verwirklichen kann, der läuft Gefahr, krank zu werden, unzufrieden zu werden, bis hin, dass das auch zu eines Tages zu einem Selbstmord führen kann, auch wenn er den Grund gar nicht lokalisieren kann. Also das Thema Arbeit, auch wenn der Begriff Arbeit nicht sehr sexy klingt, von größter Wichtigkeit. Aber der eigentliche Joker ist, wenn man es parallel zur Arbeit, zur vernünftigen Arbeit es schafft, den Umgang mit Kapital zu lernen. Denn erst durch das Kapital, was Sie zusätzlich zu Ihrer Tätigkeit anhäufen können, ein Aufbau von Besitz, von Eigentum, erst der Schritt führt ja in eine gewisse Unabhängigkeit. So dass, wenn es mit Ihrer Arbeit bockt, oder aber nach Ihrer eigenen Werteordnung Sie einfach nicht mehr mitmachen wollen, oder gewisse Dinge nicht mittragen können, wegen Ihrer inneren Überzeugung, dann können Sie das ja nur umsetzen, wenn Sie Kapital haben, so dass Sie sagen können, okay, dann verdiene ich eben ein Jahr, das nächste Jahr, auf das Ungewisse vielleicht wenig oder gar nichts. Aber ich habe ja eine Rücklage. Und umgekehrt nützt die ganze Arbeiterei und die Verwirklichung ja nichts, wenn Überschüsse erzielt werden von Ihnen und die sozusagen sinnentblödet verbummbeutelt werden. Ein Leben lang als Profi im Beruf zu sein und ein Leben lang zu sagen, ja, von Geld verstehe ich ja nichts, das ist natürlich eine ganz sträfliche Haltung, weil Sie berauben sich dieses zweiten Standbeines. und umgekehrt derjenige, der aus welchen Gründen auch immer, durch ein Erbe oder was auch immer, zu sehr viel Kapital gekommen ist und glaubt, dass das viele Kapital, was er hat, ist ja relativ, was viel ist. Da können wir auch gleich noch was zu sagen. Dass er glaubt dadurch, dass Arbeit für ihn unwichtig ist, der fährt natürlich ein ganz gefährliches Eisen, denn was ist denn, wenn seinem Kapital etwas zustößt? Wird dieser Mensch ein angstfreies Leben führen? Ein Mensch, der im Bewusstsein lebt, mein Gott, erstens ist es an sich irgendwie ungerecht, dass ich ohne großen Input so viel besitze, so viel mehr als andere und zweitens, oh Gott, oh Gott, was ist denn, wenn jetzt in der nächsten Krise mir das abhanden kommt? Ich selber kann es ja nie mehr wieder reinschaufeln. Mir fehlt ja das ganze Know-how. Ich bin nur Besitzer. Ich sitze auf einem Besitz. Aber wie man da mehr draus macht oder wie man es wieder reinholt, wenn man einen Nackenschlag bekommt, habe ich keinen Zugang. Und die eigentliche Befriedigung auch von großem Besitz ist ja nicht einfach den zu haben, indem man ihn geraubt hat oder im Lotto gewonnen hat. Das führt jetzt zu überhaupt keiner Glückseligkeit, sondern das daran Arbeiten. Das Arbeiten nicht nur im Beruf, sondern das Arbeiten mit Kapital. Dinge umzusetzen, die man für richtig hält, das Risiko zu tragen, genau wie man es sich vorgenommen hat, das bereitet ja eine Befriedigung. Also, Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. Sie können unter verschiedenen Staatsregimen leben oder müssen leben. Am Ende des Tages, um das Thema Arbeit und Kapital, kommen Sie nicht herum. Und wenn eins von beiden, eine der beiden Komponenten fehlt, dann haben Sie Ihr Leben unter Umständen von Ausnahmen abgesehen. Die Menschheit ist ja sehr vielschichtig, aber im Prinzip haben Sie was falsch gemacht. Es ist natürlich nie zu spät, das zu korrigieren. So, und jetzt fangen wir mal im Rahmen unserer Mentorenreihe. Das ist ja ein sehr großes Thema, das wir ja immer weiter vertiefen können. Kommen wir aber mal zu dem ersten Punkt, wo kommt denn Kapital her? Und das Kapital kommt letzten Endes, wie gesagt, von den Ausnahmen abgesehen, auch in meinem ganzen Bekanntenkreis, wenn ich diejenigen anschaue, die sehr viel erwirtschaftet haben, wo kommt das Kapital letzten Endes her? Durch regelmäßiges Sparen. Das ist der erste Schritt. Es nützt überhaupt nichts, dass Sie ein großer Finanzdunkleur werden wollen oder drüber träumen, dass man finanziell unabhängig wird, wenn man lernt, wie man aus 10.000 Euro 100.000 Euro macht. Das ist alles nett und schön. Entscheidend ist aber, dass Sie sich eine Quelle erschließen, die über regelmäßiges Sparen einen Grundstock an Kapital bildet. Und danach beginnt die Arbeit erst mit dem Kapital. Und dann kommt man durch einen Punkt, wenn man sich darüber im Klaren ist, der großen Einfluss hat auf Ihre Arbeitskomponente. Denn wenn Sie in einem Beruf gelandet sind, der es Ihnen nicht ermöglicht, auf lange Sicht, über das monatlich Notwendige, was Sie zum Leben brauchen, für die Krankenkasse, für die Miete oder die Zinsen auf die Hypothek, für die Nahrungsmittel, Erziehung der Kinder und so weiter, wenn Sie auf Dauer nicht in der Lage sind, monatliche Ersparnisse oder jährliche Ersparnisse zurückzulegen oder zu bilden, dann müssen Sie sich fragen und hinsetzen und besprechen, was machen wir? Denn wenn das so bleibt, werden Sie keine Unabhängigkeit erreichen, keine finanzielle. Egal wie viel Sie verdienen. Und der einfachste Schritt ist der, dass man dann analysieren muss, indem man sagt, woran liegt es denn? Geben wir zu viel aus, weil wir mithalten wollen, weil wir teure Urlaube machen, dieses und jenes? Oder liegt es daran, dass wir einfach schlicht und einfach zu wenig verdienen? Und dann muss man sich fragen, warum verdient man zu wenig? Könnte ich nicht mehr verdienen? Liegt es daran, dass Sie noch eine Zusatzausbildung brauchen? Auch dann ist nie zu spät. Wenn Sie mit 42 Jahren das Gefühl haben, Ihre ursprüngliche Ausbildung reicht einfach nicht, jetzt brauchen Sie eine Zusatzausbildung und Sie leben mit einem Partner zusammen, dann können Sie ja problemlos zwei Jahre eine Zusatzausbildung machen, dann sind Sie 44, da haben Sie ja noch ewig Zeit, das zu kapitalisieren, bis Sie 70 sind oder 67 oder 65. Also diese Vorstellung, man hat in jungen Jahren mit 17, 18, 19, 22, 23 eine Ausbildung und das war es dann und das muss halten, bis Sie 80 sind, ist natürlich abstrus. Und entscheidend ist die Grundeinstellung, dass Sie sagen, jawohl, ich habe einen Anspruch in einer Wohlstandsgesellschaft, positiv gemeint, in der sozialen Marktwirtschaft, ist das Modell vorgesehen, dass ein jeder zu Arbeit kommt und zu Kapital. Also muss die Arbeit das Ihnen auch ermöglichen. Vielleicht müssen Sie mehr Stunden arbeiten, vielleicht müssen Sie Ihre Kunden ändern, wenn Sie selbstständig sind, eine andere Kundenstruktur, ein anderes Geschäftsmodell, vielleicht müssen Sie beim Arbeitgeber mal ansprechen, was zu tun ist, damit Sie im Laufe der Zeit befördert werden, entscheidend ist die Reise, auf die Sie sich begeben und die muss stimmen. Und da wegzugucken oder in die Opferrolle zu fallen, ist ganz, ganz falsch. So. Und wenn Sie auf einem guten, ordentlichen Weg sind, ich habe das ja in meinem zweiten Buch, dieses Buch ist bares Geld wert, sehr genau beschrieben, das einfachste Modell, dazu muss keiner Finanzmathematik studiert haben, das ist, dass Sie von Anfang an, von Ihrem ersten Job an oder wann immer Sie jetzt das vielleicht wahrnehmen und umsetzen wollen, ab dann sofort, zehn Prozent Ihres Bruttoeinkommens geht sozusagen per Dauerauftrag in die Spardose, hätte man früher gesagt, am besten auf ein Unterkonto in Ihrer Bank und steht für Konsum nicht zur Verfügung. Und wenn Sie das auch bei Beförderungen und bei Mehreinkommen Jahr für Jahr durchhalten, dass zehn Prozent von Ihrem Einkommen vorsteuern, einfach wie verschwindet, da haben Sie schon einen Volltreffer gelandet, wenn Sie das ein Leben lang durchhalten können. Sie glauben gar nicht, wie das mit kleinen Beträgen anfängt, aber später, auch bei Einmalzahlungen, wenn Sie einen großen Bonus bekommen, zehn Prozent automatisch weg. Wenn Sie später sehr viel mehr sparen können, umso besser. Aber dann sind das punktuelle Ereignisse, über die Sie frei entscheiden. Aber im anderen Fall steht das Geld für Konsum, für alles mögliche andere einfach nicht zur Verfügung. Und ich würde erst einmal gewisse Beträge auflaufen lassen, bevor ich mir Gedanken machen würde, ist der Euro die bessere Währung oder der Schweizer Frank oder der Dollar. Sollte ich jetzt Aktien haben oder Fondanteile oder sollte ich auf eine Immobilie sparen? Nein, das Entscheidende ist überhaupt, dass der Sparvorgang automatisiert ist, wie gesagt, am einfachsten mit einem Dauerauftrag von Ihrem normalen Gehaltskonto bei der Bank auf das sozusagen Ansparunterkonto. Das klingt, ich weiß, furchtbar langweilig und nicht sehr sexy. Aber das ist der allererste Schritt. Und dann haben Sie auch die Motivation zu sagen, okay, aus der Arbeit heraus entsteht da etwas an Kapital und weil da etwas im Entstehen ist, sollte ich mich mal besser mit dem Thema Was mache ich mit Kapital beschäftigen? Damit Sie da aus dem Abhängigkeitsgefühl herauskommen, dass Sie nicht das Gefühl haben, ja, da muss ich Sachen machen, von denen verstehe ich nichts und muss im Prinzip jemandem vertrauen. Das geht natürlich auf Dauer nicht. Und da ist ja für jeden der Weg frei. Keiner wird ja gezwungen, in risikohafte Anlagen sein Erspartes zu stecken. Entscheidend ist nur, dass Sie es nicht ausgeben. Ob Sie in Goldmünzen sparen, in Gold oder einfach auf verschiedenen Bankkonten das Geld erstmal anhäufen, selbst wenn es von der Inflation sozusagen angeknabbert wird, ist das durchaus zu rechtfertigen, wenn Sie einen risikoreichen Beruf haben und sagen, also da habe ich schon genug Risiko, ich habe aber auch große Chancen, ich will erstmal die nächsten zehn Jahre einfach das Geld anwachsen haben. Und Sie glauben gar nicht, wie viele Unternehmer in politisch schwierigen Ländern, sagen wir mal, Sägewerksbesitzer in Indonesien, Tabakpflanzer und ich weiß nicht was, Plantagenbesitzer in schwierigen Ländern, die auch enteignungsbedroht sind, wie viele von denen Überschüsse aus dem Betrieb regelmäßig einfach nur auf Schweizer Franken Bankguthaben liegen haben. Und wenn Sie mal die letzten 20 Jahre die Kursentwicklung im Devisenkurs sich angeschaut haben, war das gar kein blödes Investment. Ich propagiere das jetzt nicht hier. Das gleiche gilt ja auch für Leute, die gesagt haben, jawohl, ich möchte einfach an einer guten Firma beteiligt sein und weil ich die Firma nicht kaufen kann, muss ich das in Form von Aktien machen. Sodass das monatliche oder jährliche Sparmodell, was weiß ich, umgesetzt wird, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr werden gewisse Aktienpositionen oder Fondspositionen aufgestockt. Und so hat man über die nächsten zehn Jahre interessante Durchschnittskurse. Das Entscheidende ist, dass man in guten Zeiten weiterkauft, seine Sparnisse dann umwälzt, aber genauso in miserablen Jahren, wenn einem die Angst im Nacken sitzt. Gerade dann entscheidend ist die Kontinuität des Sparens und des Investierens. Und in einem Modell, was Sie geistig nachvollziehen können, entweder aufgrund Ihres eigenen Know-hows, was Sie sich aneignen, oder indem Sie systematisch sich jemanden suchen, dem Sie auf diesem Gebiet geistig folgen können und der auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingeht und Ihnen hilft. Und eine Investitionsentscheidung, hinter der Sie dann 100 Prozent stehen, wo Sie sagen, jawohl, das war sehr interessant, ich höre, auf dem in dem Gebiet hat man 30 Prozent verdienen können im letzten Jahr, alles sehr schön, aber nicht für mich, nicht für meine Familie. Wir investieren so, wir kaufen nur Ackerland oder was weiß ich, wir sparen auf die nächste Vermietimmobilie. So. Und das können Sie viel angstfreier und ohne Sorge, wenn es mal rumpelt, machen und viel entspannter und wahrscheinlich auch klüger investieren mit Abstand, wenn Sie einen guten Fuß in Ihrem Beruf haben. Wenn Sie über die Jahre Know-how aufbauen, eine Reputation bei Lieferanten, bei Kunden, wenn Sie eine Expertise an sich anarbeiten, sodass jemand sagt, jawohl, wenn ich diese Person bekommen könnte, die könnten wir gut gebrauchen, weil der deckt dann diese Abteilung wunderbar ab. Das heißt, Sie müssen auf Ihrem Berufsweg irgendwann in der Lage sein, dass wenn ein Problem da ist in Ihrem Sektor und es heißt, Mensch, wir haben ein Riesenproblem, wer könnte uns den Karren aus dem Dreck ziehen? Dann müssen Sie derjenige sein, der den Finger hebt und sagt, ich könnte das. So profiliert man sich, indem man dann eine gute Arbeit leistet. und alle anderen Wege, entweder sich nur auf Arbeit zu verlassen und Leute, das wird ja schon reichen oder aber, ja, ja, jetzt habe ich ja doch so viel Kapital, ich habe die Wohnung und das Haus meiner Großmutter verkauft, das ist ein Beruf, ist das egal. Eine ganz fatale Entwicklung, sowohl was das Finanzielle angeht, als auch die Befriedigung Ihres Alltags. und irgendwelche Shortcuts, also Abkürzungen nach der Methode, ach ja, irgendwie, so richtig bin ich ja da kein, kein Könner oder ich leiste an sich auch nichts Richtiges, aber als Cleverle könnte ich da und da dran kommen. Mein sehr kluger Freund aus Rio de Janeiro nennt das, das ist die Methode, die er an vielen Stellen beobachtet, in vielen Ländern, aber auch in Deutschland, dran kommen und dran bleiben. Hauptsache ich komme an einen Posten und Hauptsache ich bleibe da dran, koste es, was es wolle, obwohl ich den Posten gar nicht verdient habe. Ich kann nur sagen, das ist eine ganz schwache Nummer, dass Sie überholen dann vielleicht den einen oder anderen, der mit guter Arbeit und mit Expertise sich erst hocharbeiten muss, aber im anderen Fall werden Sie immer ein absolut abhängiger Mensch sein und werden letzten Endes viele Nächte der Angst haben, hoffentlich verliere ich meinen Posten nicht, hoffentlich merkt keiner, dass ich da gar nicht hingehöre, dass ich es gar nicht verdient habe. Also, ich kann Ihnen versichern, dass es alles überhaupt keine Hexerei ist und dass in der Tat die größten Berge bezwungen werden, indem man sich aufmacht auf den Weg, aber eben mit den richtigen Schuhen, der richtigen Jacke, dem richtigen Rucksack, dem richtigen Proviant und der richtigen Wanderkarte und dem Know-how, wie es mit der Witterung steht und wo die Berghütten sind. So, und selbst wenn es dann mal was Geröll gibt und Sie einen Umweg machen müssen oder müssen noch mal neu antreten, das ist der richtige Weg. und ich kann nur wiederholen, Arbeit und Kapital, wenn eines dieser beiden Komponenten von Ihrem Arbeitgeber oder innerhalb Ihrer Familie kleingeredet wird, pappalapapp, ist doch das und das ist doch nicht so wichtig und so weiter oder das ist doch nicht für uns, ist das ein ganz großer Blödsinn. Wenn Sie Ihren Lebensweg beschreiten, gehört die Lösung des Themas, was ist für mich die optimale Arbeit auf Dauer, da können Sie ruhig ein paar Jahre lang wegen mir schlecht bezahlt werden, wenn es de facto eine Investition ist in Ihre Renommee, in Ihr Know-how, damit Sie nachher vom 1-Meter-Brett aufs 3-Meter- und dann aufs 5-Meter-Brett hochkommen, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, etc. und genauso, auch wenn Sie heute keinen einzigen Pfennig besitzen, egal wie alt Sie sind, ist es verwerflich, sich von dem Thema Kapital wegzudrücken. Alles andere, wer Ihnen etwas anderes weismachen möchte, ist jemand, der Sie auf einen Abweg führt und da würde ich mir den Kontakt zu dieser Person doppelt und dreifach überlegen und vielleicht rein aufs Bier legen, Bier trinken verlegen. Gut. Ja, das war mal ein erster Einstieg zum Thema Worauf kommt es im Leben an? Und wie gesagt, es ist Arbeit und Kapital. Alles andere er wächst daraus und alles, alle nötigen Schritte gehen auf diese Urwurzel zurück. Ich freue mich, dass Sie bis zum Ende durchgehalten haben. Ich danke Ihnen, teilen Sie das Video, abonnieren Sie unseren Kanal, unterstützen Sie unser Anliegen, unabhängig zu sein, unabhängiges Kapital zu besitzen und ich freue mich auf Sie auf nächsten Freitag. Vielen herzlichen Dank, Ihr Markus Elsässer. Vielen Dank. low rendez dich we娶 you 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 you